Das war's für heute. Ich habe hier ein erweitertes Energiemagazin. Stufe 2. Und los geht's! Ich habe hier einen Evo-Schild. Cool, das Ding. Stufe 3. Feind gesichtet. Feuerhahn. Feind gesichtet. Kleinaus. Wir haben mal eine Seilrutsche benutzen. Ich zum Beispiel. Ich habe einen Gegner erledigt. Hier ist ein Kuss. Körperschild. Stufe 4. Hier ist ein Evo-Schild. Stufe 5. Lade Schilde auf. Lade nach. Ich habe einen Gegner erledigt. Gute Arbeit. Sei stolz drauf. Hier ist eine Schildbatterie. Hier ist ein Rucksack. Stufe 4. Hier ist eine Schildbatterie. Hier ist ein Kuss. Und dann sind die Schildbatterie. Dann gehen wir mit dem Schildbatter. Hier ist ein Kuss. Dann gehen wir mit dem Schildbatter. Hier ist ein Schildbatter. Jetzt kommen wir mit dem Schildbatter. Hier ist eine Schildbatter. Ich denke, das war der komplette Squad. Der letzte Typ ist einfach umgefallen. Eine Minute. Der Ring ist nicht weit weg. Zack, und wieder einer. Oder so. 45 Sekunden. Ring ist direkt voraus. Schwester. Achtung, habt ihr ein. Ziel gesichtet. Werde mal eine Seilrutsche benutzen. Na, ich. Noch 30 Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Wer wird ja mitgranate? Wir haben das letzte mit lieben. Lade Schilder auf. Hier ist deine Optik. Für Mitteldistanzen. Ich kann in meinen Schilden eine aufladen. Erkunden wir diesen Weg. Erkunden wir diesen Weg. Den Körperkippen, den wir hier entlang. Wir sollten hier entlang. Ich werde erschossen. Ich werde erschossen. Sie haben mich entdeckt. Sie haben mich entdeckt. Ich werde beschossen. Ich aktiviere sich... Die Kugel sind in der Kugel. Du bist nur ein Kratzer. Sekunde. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Ach, das ist ein Kratzer im Boden. Der Schild wird aktiviert. Ich heile den. Reparieren. Hier ist dein Evo-Schild. Stufe 5. Lade Schilde auf. Nur ein Kratzer. Sekunde. Ich repariere mich jetzt. Keine Sorge. Ich habe das Abzeichen unseres Glockermachen. Setze Haken ein. Ich repariere mich selbst. Blicke mich gerade zusammen. Sehr gut. Der Ring ist in der Nähe. Weniger als ein... Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Komm und hol dir dein Geburtstagsgeschenk. Nur noch 30 Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Und los geht's. Der Ring bewegt sich, Freunde. Achtung. Liefere Kehrpaket aus. Vielleicht geht's da lang was Gutes. Nicht aus, als gäbe ich da ein Kehrpaket. Immer gute Sachen drin. Ich bin wunderbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich sehe auf der Karte, dass der Ring sich bewegt. Nehmen wir diesen Weg. Und los geht's! Gehen wir dort ins Land. Feuer auf den Stein. Hau dich zu sehen. Werde weg. Lade nach. Werde bekommen. Ja. Du kannst den Einsatz. Lade nach. Hab weitere Gegner ausgeschaltet. Reparieren. Lade nach. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Lade nach. Und benedigt. Gegner, die schießen auf mich. Und sie treffen sogar. Feuer auf den Stein. Reparieren meine Schilden. Feind ausgeschaltet. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Kontakt. Hab dich entdeckt. Werde beschossen. Eine Minute. Der Ring ist in der Nähe. Weiter. Feind ausgeschaltet. Ich stehe unsere Beschussfreunde. Schöne Kontakt vom Feind her. Lade Schilde auf. Der Ring ist ganz in der Nähe. Hab dich entdeckt. Werde beschossen. Lade nach. Feind am Boden. Ich muss aufladen. Die Gegner erledigt. Ich hab mich drum gekümmert. Alles gut. Lade meine Schilde auf. Schüsse. Und sie treffen mich. Lade Schilde auf. Zehn Sekunden. Der Ring steht praktisch vor der Tür. Hört mal her. Ich bin hier beschossen. Erkundet sich. Papier ein. Verstand. Schöne. Und sie trifft mich. Der Ring bewegt sich. Flöderflucht eingesetzt. Flöderflucht eingesetzt. Werfe Tarnitgranate. Werfe Bogenstärken. Komm und hol dir dein Geburtser. Ich gönne meinen Schilden. Ich nenne eine Aufladung. Flicke mich gerade zusammen. Flütergranate unterwegs. Feindkontakt. Benutze Haken. Muss nachladen. Oh, sie sind einfach umgekippt. Das war dann wohl der letzte. Nur noch ein anderer Squad übrig, mein Freund. Holen wir uns den Sieg. Muss nachladen. Lade nach. Ich leide nach. Ich leide nach. Ich leide nach. Duplikate im Alter. Wir sind schon im nächsten Ring. Ich rieche den Sieg. Ich hab dich reingelegt. Ich hab dich reingelegt. Ich hab dich reingelegt. Ich leide die gute Arbeit. Neue Weg ist zu reißen.